Jetzt rufen wir mal den Pizzamann an. Dieser Mann hat jetzt viermal gespendet, damit ich das tue. So, Quiche 1 Euro. Danke. Wie bitte? Vielen Dank. Hallo. Ja, hallo. Ich melde mich. Ich würde gerne eine Pizza bestellen. Bitte. Ja, eine Pizza Baumrinde. Wie bitte? Was haben Sie gesagt? Welche Pizza waren Sie? Eine Pizza Baumrinde. Baumrinde? Baumrinde. Rinde? Ja. Also können Sie die bitte mit Baumrinde, weil ich bin Veganer. Wir haben sowas nicht. Hm, na das ist blöd. Ja. Ja. Ich bin grad, ich bin grad in Geschenkpapier eingewickelt. Ach egal. So, der hat schon aufgelegt. So, der hat schon aufgelegt.